Sie hat eine Brille. Deine neue. Die Kollegen haben gesagt, du wolltest eine neue Tasse. Mein Kollege, Kommissar Nagel. Der Brauereichef. Der ist bei Moniger der Vertriebsleiter. Er hat uns auch die Genehmigung für diese Ausgrabungen verschafft. Ausgrabung? Suchen Sie einen Schatz? Ich bin Archäologe. Unter der Brauerei sind vor kurzem sehr alte Gewölbe entdeckt worden. Aus der Fürstenzeit. Maria hatte dafür einen Forschungsauftrag erhalten. Ihre Kollegin? Sie ist auch meine Verlobte. Und ihre Verlobte ist seit zwei Tagen verschwunden. Könnte es vielleicht sein, dass sie verreist ist? Also, das ist halt absolut unüblich. Sie ist sonst übergenau. Eine richtige Wissenschaftlerin eben. Haben Sie denn eine Vermutung, wo sie stecken könnte? Allerdings. Dieser Peter Merkel, der Vertriebsleiter, der, naja, der ist ihr nachgestiegen. Ich glaube auch, deswegen haben wir diese Genehmigung bekommen. Und auch das Auto. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, ist sie damit weggefahren. Was war das denn für ein Auto? Ein roter Kombi. Ein Ford. Ein Ford. magic conditions. Aber sicherlich haben wir uns. decaying. Wow zählt für drei Tage.